Ja, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier bei Mindscaper. Viele Leute fragen, was bedeutet Mindscaper eigentlich? Naja, wenn es, stellt euch vor, eine schöne Landschaft gibt, dann gibt es vielleicht auch eine schöne Gedankenlandschaft, also von einer Landscape zu einer Mindscape. Und vielleicht kennst du das, dass du manchmal in einem deiner Lebensbereiche in einem Zustand bist, wo du sagst, nee, da geht es mir gerade gar nicht gut, sei es beruflich, sei es jetzt privat, sei es in deiner eigenen Selbstentwicklung. Du kommst irgendwie nicht selber voran. Und wir haben jetzt bei Mindscaper ein Modell entwickelt, das lediglich fünf Inhalte darstellt, die du aus dir selber heraus betreiben kannst, sodass du unabhängig von der Außenwelt sagst, okay, ich komme jetzt wieder in einen auch freudvollen, energetischen und auch stabilen Zustand und das Ganze auch noch nachhaltig. Also wenn dich das interessiert und du noch mehr Interesse daran hast, dann komm einfach zu einem unserer Workshops. Da gehen wir noch viel, viel weiter in die Tiefe, als ich das hier in dieser kurzen Minute für dich tun kann. Ich danke dir in jedem Fall schon mal, dass du reingeschaltet hast.